Ja, Leute, in diesem Video geht es nochmal um die LG Twin Wash. Mein erstes Video dazu war ja das Unboxing und das Hands-on, also mein erster Eindruck dazu. Und das kam mir bei euch ziemlich gut an. Das hat jetzt schon über 20.000 Klicks, also scheint euch das Thema wirklich zu interessieren. Jetzt gibt es meine Langzeiterfahrung mit der Maschine, denn ich habe die jetzt knapp drei Monate bei mir privat zu Hause in Benutzung und nicht nur ich bei mir begeistert, sondern auch meine Freundin. Die LG Twin Wash besteht aus zwei separaten Maschinen. Einmal einen Frontlader, der 10 Kilogramm Fassungsvermögen hat, der oben drauf steht und einmal unten als Sockel einen Toplader mit 2 Kilogramm. Also haben wir insgesamt 12 Kilogramm Volumen, was schon ziemlich ordentlich ist und man muss auch nicht beide immer gleichzeitig nutzen. Wenn man wenig hat, kann man nur die kleine untere nutzen, wenn man viel hat, nimmt man eben beide oder eben nur die obere. Was ich vorher gedacht habe, dass beide Maschinen zusammen gekoppelt sind, verbunden sind, selbes Wassersystem haben und so weiter, aber es hat sich beim Installieren herausgestellt, dass das zwei unabhängige Maschinen sind. Heißt, wir haben für die untere Maschine, die kleine und die obere, jeweils einen separaten Stromanschluss, einen separaten Frischwasseranschluss und einen separaten Abwasseranschluss. Es sind aber Adapterstücke dabei und T-Stücke und sowas, dass man eben alles mit nur einem Anschluss zu Hause nutzen kann. Ich kenne mich nicht besonders gut mit Waschmaschinen aus, das ist auch für mich Neuland. Allerdings haben wir bei der oberen, größeren Maschine eine maximale Geschwindigkeit von 1400 Umdrehungen pro Minute. Bei der kleinen Maschine, die wirklich winzig ist da unten, haben wir nur 700 Umdrehungen pro Minute. Ja, die Maschinen sind mit zwei hochleistungsfähigen Inverter Direct Drive Motoren ausgestattet, die mit möglichst wenig beweglichen Teilen funktionieren. Heißt, wir haben ultra wenig Vibrationen und auch eine sehr, sehr geringe Lautstärke. Ich hatte vorher so einen winzigen Top-Lader, der wirklich klein war. Und wenn der angefangen hat zu schleudern, hat man das in der ganzen Wohnung gehört. Und selbst wenn ich jetzt beide Maschinen gleichzeitig an habe, beide Maschinen gleichzeitig schleudern, hörst du im Wohnzimmer nichts mehr von den Maschinen. Wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Wirklich ultra leise. Es sind zwar trotzdem Vibrationen da, weil vor allem wenn beide Maschinen gleichzeitig schleudern, aber es fällt nicht besonders ins Gewicht, also es stört mich jetzt nicht. Und es ist mir bis jetzt noch nicht negativ aufgefallen. Die Maschine hat eine Wassersprühfunktion für ein schnelleres Einweichen und kombiniert das Ganze mit Filterungsbewegungen von Turbo Wash, um so die bestmögliche Waschleistung zu erzielen. So reduziert sich nämlich die Waschzeit auf unter 60 Minuten und die Wäsche wird wirklich super schnell sauber. Des Weiteren haben wir eine Dampffunktion in der Maschine, was ich wirklich cool finde. Ich habe vorher noch keine Waschmaschine gehabt, mit der ich auch über Dampf waschen konnte. Kann man eben als Waschprogramm auswählen und dann wird eben mit Dampf gewaschen. Der dringt dann tiefer in die Poren ein und reinigt das Ganze dann gründlicher und schneller, laut Angabe. Ja, man kennt es vielleicht von anderen Waschmaschinen, dass man, wenn man was vergessen hat, einfach schnell was noch nachlegen kann. Diese Funktion haben wir bei diesen beiden Maschinen natürlich auch. Wir können während wir einen Waschvorgang haben, einen Knopf drücken, dass wir eben was nachlegen wollen und dann können wir während die Waschmaschine läuft, das Türchen aufmachen, den Rest reinstopfen und wieder zumachen und dann geht es weiter. Ja, mit den beiden Maschinen spart man wirklich unglaublich viel Zeit, wenn man viel waschen will, nur kleine Sachen waschen will. Denn diese zweite Maschine, die unter der Hauptmaschine steht, ist wirklich winzig und platzsparend. Also die Hauptmaschine wird nur ein bisschen erhöht, so 30, 40 cm höher, als sie sonst steht. Also nimmt nicht wirklich viel Platz weg. Aber ihr habt dann eben die Möglichkeit, separat von der Hauptwäsche nochmal zwei Kilogramm zu waschen. Also bei uns war das immer so der Fall, wir haben die große Hauptmaschine für uns genommen und in die kleine Maschine haben wir immer unsere schmutzigen Babysachen reingemacht. Denn zwei Kilogramm sind eigentlich ausreichend für Babysachen. Oder wir haben oben nur farbige Sachen gewaschen und dann haben wir unten in der kleinen Maschine die paar Teile gehabt, die wir in weiß hatten. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten, separat und gleichzeitig zu waschen, was wirklich auch im Alltag nützlich ist. Was ich persönlich so als Technikfreak auch ziemlich cool fand, beide Maschinen haben WLAN mit an Bord. Die Einrichtung fand ich jetzt nicht ganz so easy, aber hat trotzdem funktioniert mit der App. Leider ist diese App immer noch nicht ans iPhone 10 optimiert. Das finde ich etwas schade. Aber ansonsten sind die Funktionen alle relativ gut beschrieben und das ist alles ziemlich übersichtlich. Allerdings ist die Geschwindigkeit von der App auch nicht ganz so besonders gut. Deswegen lädt das alles noch ziemlich lange. Aber im Endeffekt funktioniert alles und das ist das Wichtige. Was können wir denn von der App jetzt eigentlich ausmachen? Ein kleiner nerviger Punkt, den ich im letzten Video auch schon erwähnt habe. Wenn wir an der Maschine sind und die gerade einladen und Waschmittel und sowas reinmachen, müssen wir immer die WLAN-Funktion zuschalten, also den Fernstart zuschalten. Ansonsten können wir die App nicht benutzen. Das ist ziemlich nervig und vergisst man auch relativ häufig. Schöner wäre gewesen, wenn es so eine Einstellung geben würde, immer an oder immer aus. Wäre meines Erachtens eine bessere Lösung. Dann können wir von dem Handy aus die verschiedenen Waschprogramme einstellen. Wir können uns Waschprogramme aus dem Internet runterladen und dann direkt auf die Maschine spielen. Wir können die Zeiten einstellen über die App. Wir können die Maschine starten. Wir können sie pausieren und anhalten. Wenn die Maschine fertig ist, spielt sie eine schöne Melodie ab zu Hause. Aber wenn man unterwegs ist, hört man das ja nicht. Deswegen bekommt man eine Push-Nachricht auf das Handy. Plopp, ihre Wäsche ist fertig oder Waschvorgang abgeschlossen. Irgendwie sowas. Was wirklich ziemlich nützlich ist. Dann geht auch gleichzeitig die Maschine aus, damit sie eben keinen Strom mehr frisst, wenn sie da die ganze Zeit im Standby ist. Und das ist wirklich eine angenehme Sache. Sollten wir allerdings auch irgendwann Probleme haben mit der Maschine, können wir auch mit der App Federdiagnose machen. Das ist wirklich eine coole Sache. Die App zeigt dann ganz genau an, was defekt ist, ob man das selber machen kann, selber lösen kann das Problem oder eben ob man den Support rufen muss. Ja, was ist jetzt mein Fazit nach diesen drei Monaten? Ich bin wirklich sehr begeistert von der Waschleistung, von der Lautstärke und eben der Vibration und so weiter, dass man sie fast nicht merkt, wenn sie Volldampf läuft. Ich finde es gut, dass man einen guten Überblick hat, wie viel Wasser und Strom verbraucht wird. Das sieht man über die App nämlich auch, wie viel Strom und Wasser der letzte Waschvorgang und die ganzen anderen Waschvorgänge davor verbraucht haben. Ist auch mal cool so zu sehen. Und dass man eben die Programme anpassen kann, dass eben weniger Wasser und weniger Strom verbraucht wird. Ja, die WLAN-Funktion ist eine Bequemlichkeitssache. Also sie ist nicht wirklich nützlich. Also sie ist schon nützlich, aber man braucht sie jetzt nicht unbedingt, denn man kann trotzdem von Hand noch alles anschalten und einstellen. Das Einzige, was mich persönlich abschreckt, ist der doch relativ hohe Preis. Ich persönlich habe noch nie eine Waschmaschine für mich selbst kaufen müssen. Davor habe ich bei meiner Mutter gewohnt, da hat sie eine Waschmaschine gehabt, da habe ich immer da mit gewaschen. Bin zu meiner Freundin gezogen, sie hatte schon eine Waschmaschine, musste ich auch keine kaufen. Und jetzt habe ich diese. Und die Doppelmaschine zusammen, also die Twinwash zusammen, kostet knapp 2000 Euro. Was ich schon ziemlich teuer finde. Klar hat man zwei Waschmaschinen dann zusammen, die man separat nutzen kann. Die haben beide WLAN mit an Bord, die haben beide die neueste Technik an Bord. Die können mit Dampf reinigen, haben schon eine Turbomotoren drin und sowas, sind sehr, sehr effizient mit A+++. Trotzdem ist das Ganze viel Geld. Alleine dieser Sockel unten, dieser kleine Kasten, der unter der Maschine steht, kostet schon 700 Euro. Wenn man beide zusammen kauft, ist man schon sehr, sehr viel Geld los. Da muss man wirklich für sich selbst überlegen, möchte ich so viel Geld ausgeben für die Funktionen, die die Maschine eben hat. Wenn man was Neues haben will, nicht so eine Standardmaschine, sondern eine Maschine mit WLAN, die man per App steuern kann, die einen benachrichtigt, per Push, wenn irgendwas los ist damit, die man steuern kann per App, was wirklich modern und eine coole Sache ist. Und wenn man wirklich die Möglichkeit haben will, zwei separate Maschinen benutzen zu können, denn das ist ja auch ein weiterer Vorteil. Ich kann gleichzeitig zwei verschiedene Waschvorgänge ausführen. Bunt- und Weißwäsche oder sowas oder Normalwäsche und Kinderwäsche oder sowas mit verschiedenen Waschprogrammen, die separat waschen. Das ist wirklich eine Erleichterung im Alltag, vor allem für die ganzen Hausfrauen da draußen. Falls ihr eine Hausfrau seid, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch sowas wünscht. Wünscht ihr euch eine Maschine, wo ihr zwei verschiedene Waschgänge gleichzeitig waschen könnt? Ja, ohne die Kooperation mit LG wäre ich gar nicht auf diese Twin-Wash-Geschichte gekommen. Vielen Dank dafür nochmal an LG. Ist wirklich eine sehr, sehr coole Maschine. Allerdings für den Preis. Ihr müsst euch wirklich überlegen, ob euch diese Funktion das Geld wert ist. Ich persönlich würde sie mir nicht kaufen. Ich bin aber auch ziemlich geizig, was so Sachen angeht. Ja, das war's dann mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Und schreibt mir nochmal gerne eure Meinung zu dieser Maschine in die Kommentare. Braucht man eine smarte Waschmaschine? Also in Zukunft wird es das auf jeden Fall geben. Aber braucht man sowas jetzt schon? Für so viel Geld? Oder wartet ihr lieber noch 5-10 Jahre, bis wirklich jede Maschine sowas hat? Auch für wenig Geld. Ja, das war's dann auch schon mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.